Wir wurden wieder geehrt mit einem weiteren Sequel von The Man in the Window. Nur diesmal ist das Spiel ein bisschen anders. Sandras Auto schmiert auf einer einsamen Straße im Wald ab. Warte mal, das ist eine Frau? Oh, ich dachte die ganze Zeit, das wäre so ein fresher Anime-Typ. Es ist ihr nicht möglich, ihr Ziel von der Dunkelheit zu erreichen. Also entscheidet sie sich, die Nacht im Auto zu verbringen. Und Leute, jetzt kommt der große Unterschied. Das ist das erste Mal, dass wir in so einer Art Spieler eine Waffe haben. Das heißt, wir sind das erste Mal kein hilfloses Opfer. Doch, bist du immer noch, Sniley. Schnauze! Oh, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Und Leute, hinterlasst gerne eine Bewertung auf dem Video. Das hilft dem Kanal ungemein weiter. Einfach ein kleines Däumchen nach oben und der Sniley wird dich loben. Du siehst gut heute aus. The Bit Mono Zero. Let's go! Und natürlich kriegen wir wieder einen kleinen Dialog. Wieso sieht die Frau so wütend aus? Mann, die hat ihre Augen so zielgerichtet zusammengeknäuft. Man denkt, die will jemanden umfahren. Komm runter, Sandra. Komm runter. Ring, Ring! Was? Tante Sandra? Ja? Mom sagt, sie serviert das Essen nicht, bis du da bist. Sie möchte, dass ich dir sage, dass du dich beeilen sollst. Weißt du, wie früh ich aufgewacht bin, um alles zu kochen? Also möchte ich das nicht hören. Nächstes Mal kann sie herkommen und es selbst abholen. Punkt, Punkt, Punkt. Nun möchte Mama, dass ich dir sage, hör auf beim Fahren zu schreien. Hey, dann sag ihr, sie kann den Truthan genau hier abholen. Verdammt! Ist du okay? Okay, ich schätze mal, wir haben Thanksgiving. Und das ist Tante Sandra, die den Truthan erschossen hat. Und jetzt ist alles für das Thanksgiving-Dinner bereit. Nur die Tante fehlt noch mit dem Truthan. Nein, ich bin nicht okay, Junge. Da stimmt irgendwas nicht mit dem Auto. Verdammt! Das Ding ist abgeschmiert. Hallo? Tante Sandra? Bist du immer noch da? Kannst du mich nicht hören oder was? Du musst für mich genau jetzt ein... Klick. Verdammt! Okay, wir sind jetzt im Auto drin und können uns umgucken. Ich werde hier nicht bleiben. Ich werde den Rest des Weges einfach laufen. Aber es gibt keine Lichter mehr auf der Straße. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich hier drin bleibe bis morgen. Das ist auf jeden Fall besser. Ich kann euch nur sagen, in einem dunklen Wald. Wollt ihr abends nicht spazieren gehen? Da kann zu viel passieren. Ich höre Schritte. Was ist das? Wir haben 9.49 Uhr. Wie hole ich denn meine Knarre raus? Wir haben kein Tutorial oder sonst was gegeben. Die haben uns einfach irgendwo im Wald ausgesetzt. Okay, das ist nur ein Reh. Kein Grund, mich zu erschrecken. Ich höre die ganze Zeit die Schritte. Ein zweites? Verdammt! Ist das eine Rehstraße oder so? Kann ich wenigstens hupen? Ich schätze, es macht keinen Sinn, die ganze Nacht wach zu bleiben. Besser, ich schlafe ein bisschen. Mit wem redest du eigentlich? Redest du mit dir selber? Du bist einsam, Tante Sandra. Verdammt einsam. Oh Gott, der Sound war nicht gut. Was auf der Welt? Ich mag diesen Sound nicht. Kein bisschen. Dann bist du nicht die einzige Tante Sandra. Ich glaube, keiner von uns würde diesen Sound abends im Wald alleine gerne hören. Vor allen Dingen ich nicht. Oh, mein Gott. Wie passt du da überhaupt auf die Rückbank? Oder besser gesagt, eine ganz ehrliche Frage. Wie hast du auf den Fahrersitz gepasst? Du bist schon eine Frau des Fleisches. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Was auch immer es ist, es bleibt besser im Wald. Wenn es weiß, was gut für es ist. Und wenn es das nicht weiß, dann habe ich etwas bereit dafür. Oh, wir haben jetzt unsere Knarre. Eine schöne Schrotflinte. Und jetzt können wir uns verteidigen. Ich schätze, das Ganze funktioniert so ein bisschen Five Nights at Freddy's mäßig, weil wir haben hier in der Mitte eine Uhr. Oh, verdammt. Wir können nicht nachladen. Das heißt, sobald ein Schuss weg ist, ist er auch wirklich permanent weg. Ich kann leider auch nicht den Sitz ändern. Aber es scheint so, als wäre das nur ein Reh gewesen, was hier langläuft. Oh, das funktioniert wirklich. Aber ich höre immer noch Schritte. Was sind das für Schritte? Irgendwas ist mir nah gekommen. Es bringt mir nichts, auf diese Rehe zu schießen, weil ich verschwende Munition. Und wir haben keine Ersatzmunition oder so. Bisher ist die Nacht ganz ruhig. Eine Stunde ist schon vergangen. Hallo, Monster. Wo bist du? Ah! Ah! Oh mein Gott! Was bist du? Du siehst aus wie ein Anton! Du hast einfach auf den Rücksitz geguckt. Vielleicht warst du ja gar nicht böse. Dich hat nur interessiert, wie ich in das Auto reingepasst habe. Und hey, das ist eine berechtigte Frage. Nicht mal ich weiß, wie ich in das Auto reingepasst habe. Hallo? Ich habe das Gefühl, die Rehe wollen mich einfach nur ärgern. Wieso kommst du so direkt auf das Auto zu? Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich hoffe, du bist wirklich nur ein Reh. Stellt euch mal vor, das Monster kann sich als Reh tarnen. Wie overpowered wäre das denn? Aber das scheint wirklich nur ein Reh zu sein. Wir sehen es sogar im Rückspiegel. Oh, das ist eine geile Mechanik. Ihr wisst ja, bei den meisten Billo-Spielen funktionieren die Rückspiegel nicht. Jetzt sind zwei Rehe hier. Alles cool soweit. Die stolzieren nur um mich herum. Wieso auch immer. Aber das macht mir ein sehr mulmiges Gefühl. Wir haben 3.38 Uhr. Die Zeit vergeht wenigstens schnell. Vielleicht soll ich die Rehe töten, damit ich die Schritte nicht mehr höre. Dann höre ich vielleicht besser das Monster. Ich weiß doch gar nicht, von wo es jetzt als nächstes angerannt kommt. Ich habe Angst. Ich höre so viele Schritte auf einmal. Das ist nicht gut. Ich wollte doch nur Thanksgiving mit meiner Familie feiern. Und wo ende ich? Irgendwo im Wald auf dem Rücksitz in meinem Auto. Wow, Mann. Ich werde irgendwie ein bisschen müde. Oh, verdammt. Ich habe geschossen. Aber wenn ich jetzt döse und das Ding hier draußen ist, wird das nicht gut enden. Die nächsten Stunden werden nicht einfach sein. Es sind doch gar nicht mehr so viele Stunden. Wir haben schon 4 Uhr morgens. Wenn du einschliffst, drücke ganz oft Leerzeichen, um aufzuwachen. Oh mein Gott. Okay, ein neues Hindernis kommt dazu. Und ich habe leider nur noch 6 Schuss. Das Monster ist auch ziemlich lange nicht mehr gekommen. Oh. Leerzeichen, komm schon. Nicht einschlafen. Bleib wach, verdammt. Oh. Das Reh kommt ziemlich schnell. Gut. Oh, da ist es. Da ist es. Nein. Es kommt doch gerade. Wach auf, Sandra. Oh. Gut, dass das Monster eigentlich nur durch das Fenster reinschaut. Aber diesmal hat es schon ein kleines bisschen seinen Kopf im Fenster drin. Was? Willst du denn schon wieder? Entspann dich mal. Ich habe nur noch 4 Schuss. Weißt du, ich spame jetzt einfach die ganze Zeit permanent Leerzeichen dazwischen durch. Das ist der Trick, um gar nicht mehr einzuschlafen. So bleibe ich einfach wach, wenn das Monster hier durchs Fenster gucken möchte. Du Perversling. Wir haben schon 5 Uhr morgens. Wir müssen wahrscheinlich nur noch eine Stunde aushalten. Aber ich habe ja nur noch 4 Schuss. Oh, ich habe irgendwas gesehen. Ach, da. Da ist nur ein Reh. Alles cool. 4 Uhr 7. Komm, nicht einschlafen. Nicht einschlafen, Sandra. Wieso läuft das Ding so um das Auto herum? Das ist doch ein Ablenkungsmanöver von dir. Du bist ein Böser. Die Tiere des Waldes... Ich habe Angst. Was war das? Da war irgendwie ein Sound. Haben wir verkackt? Ja, wir haben verkackt. Das Monster war auf dem Dach. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Das ist so doof. Woher soll man das auch wissen? Es guckt mich an. Ich kann nicht drauf schießen. Es star... Oh doch, jetzt kann ich drauf schießen. Guckt es mich vielleicht die ganze Zeit von einer Seite an? Oh, wir müssen das Dachfenster auch im Kopf behalten. Niemals ein Auto mit Panoramadach. Ich sehe dich. Du brauchst mich nicht so anzustarren. Und verschwindest langsam wieder. Das macht mir aggert Angst. Wo ist das Monster hin? Ich weiß es nicht. Wo ist es hin? Es könnte von allen Seiten kommen. Voll auf die Nase. Da hinten ist das Monster wieder. Es startet mich wieder von hinten an. Das regt mich auf und ich werde gleich schläfrig. Okay. Wir dürfen jetzt nicht in einem doofen Timing einschlafen. Weil dann bringt uns das Monster um. Okay, das Monster ist vor mir. Nicht das Reh, obwohl es mich ziemlich komisch anguckt. Ich meine das Ding da beim Baum hinten. Und es verschwindet. Das ist ein anderes Reh. Okay, die laufen alle weg. Das ist ein komisches Zeichen. Diese laufen die jetzt alle weg. Heißt es, dass das Monster kommt? Wir gucken auch nach oben. Da kommt es. Boom. Bleib einfach direkt weg. Wie läufst du eigentlich? Krabbelst du über den Boden? Ich höre was. Aber es sollte nur ein Reh sein. Wir müssen noch circa eine Stunde ausharren. Und nicht einschlafen. Bleib wach. So, ich höre was. Oh Gott. Bleib einfach weg. Endlich. Wie viele Schüsse hältst du eigentlich aus? Es kommt. Nicht einschlafen. Oh. Alter, war das knapp. Das war echt knapp. Und wir müssten echt nur ein paar Minuten aushalten. Aber jetzt kommt das Monster die ganze Zeit wieder. Nicht einschlafen. Bleib doch wach, Sandra. Wie kann man so blöd sein? So kurz vorm Ende kann man doch nicht mehr einschlafen. Es kommt. Oh nein. Es ist da hinten. Es läuft auf mich zu. Ich habe noch geschossen. Oh Gott. Wir haben es getroffen. Perfekt. Es läuft in die andere Richtung. Wir haben 6 Uhr 3. Und die Nacht ist noch nicht vorbei? Wie kann das sein? Oh Gott. Ich kann mich kaum noch wach halten. Ich habe keine Munition mehr. Das ist ganz übel. Was soll das? Die meisten Spiele sind um 6 Uhr vorbei. Vielleicht um 7 Uhr? Komm schon. Ich glaube, es ist Zeit nun. Lass uns einfach rennen. Wie? Lass uns einfach... Oh mein Gott. Lässt du das Auto einfach da? Das Auto sieht so kompakt aus. Hinten ist einfach mehr Platz als vorne. Alter, nice. Und jetzt kommt das Monster. Und was genau willst du machen? Vroom, vroom. Wieso fährt das Auto plötzlich wieder? Was ist das für ein weirdes Spiel gewesen? Erstmal wollten die das Spiel nicht um 6 Uhr beenden, weil das wäre ja zu Mainstream gewesen. Die haben 7 Uhr genommen. Und das Ende war total suspekt. Wie fandet ihr das Spiel? Ich gebe dem Spiel eine solide 5 von 10. Schreibt gerne eure Bewertungen in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Navo da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Bye-bye.